Achtung, die Ufer. Cool, der lebt sogar noch, keine Leiche. Hier ist der Antrieb. Das ist kein Leiche. Zurück. Zurück. Na ja, nicht ganz. Wir werden wie Liliputana im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreibe aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die Sie genutzt haben. Ich suche aussahhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit vier abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Ja. 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 Zumindest müssen wir glaube ich erstmal nicht mehr rein. Es sei denn, die Satelliten sind jetzt da noch im Lager. Was für ein ganz mieses Gefühl irgendwie. Hahaha. Wie kommst du denn da drauf? Da, ich sehe schon ein. Was sollen wir jetzt hier machen? Wakan. Ich glaube ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Cool. In der Roanoke sollten wir jetzt hier mal ein bisschen weg sein. Ich will noch mehr davon sein. Okay. Mal sehen was ich finden kann. Du den recht nicht den linken. Jo. Oh. Oh. Was meinst du denn? Süß. Thomas. Boah. Vorsicht, die Minen suchen nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und zurück. Ich habe keine Munition mehr mit meiner anderen Waffen. So, warum ich mir denn nenne? Darunter? Darüber? Irgendwie beides habe ich das Gefühl. Ne, in der Seite war doch so ein Eingang oder ne? Ich brauche aber irgendwie erstmal Sauerstoff. Wo bist du? Ach, ich flüge so vor mich hin. Da scheint der Eingang zu sein. Wo? Hier. Ach, wozu mache ich das denn? Wir gehen doch jetzt eh rein. Ja. Ja. Ne, war schon richtig. Laut B. Autosystem. Ne Anzustation. Ja! Gleich rein springen. Was? Kind. So, Kinese. Rik. Trefferpunkte erhöhen. Ja. Erhöhen. Ja. Alter, 100 Wolfram, also ich brauche jetzt noch 66 Wolfram, 803 und 40 Altmetall und ein bisschen somatisches Gel oder Somatgel auf jeden Fall, genau, wie das echt heißt. Bandbau, das weiß ich nicht, ach ne, warte mal, das ist da, ja, so, ich habe es schon hergestellt. Das ist gut, ich habe Stase noch mal verbessert, wo bist du? Man, bei der Bank, ich komme jetzt auch kurz hier, könntest du ja deine, ja, Munition kaufen, Sollten wir bloß auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Ali, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monsau. Wenn nicht, hier wäre dann. EarthGoth gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können und das weißt du. Ali, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast, im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Käpt'n, wir müssen es versuchen. Aber, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Mann, Ali hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier, schlimmer dran als lebendig. Ali macht das Schöppelstaub gleich, bin unterwegs. Du musst sagen, wenn du so alt bist, ne? Hm, ich hab noch ein bisschen Sachen verkauft und eingelagert. Okay. Was ist das denn? Das ist unser neuer Shuttle. Ein bisschen größer. Ach so. Dann erst mal das Ding mal einbauen. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Gut, ich komme an Bord. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind Sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Alles muss man selbst machen hier. Ja, Uli, mach mal. Das hat doch so eine... Die Nadel ist geboren. Okay. Der Druck steigt an. Und... Bleibt stabil. Wollen wir starten? Wollen wir? Ich würde sagen... Nein. Ich hab mich gerade hingesetzt. Sieht doch schick aus, wie du da sitzt. Ja, geschätzt online. Nicht wahr? Also, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben uns durch die Schraubenschütze hier durchgekämpft. Ihr habt uns bis hierhin begleitet, was ich super finde. Wir machen uns gleich auf die Socken zum Planeten, dem eigentlichen Hauptspielplatz des Games. Und... Wir würden uns freuen, wenn wir euch morgen wiedersehen. Und deswegen würde ich jetzt sagen... Tschüss von mir und Howdy Ho und Danny. Letztes Wort. Haut rein, Jungs und Mädels.